Wir gehen auf Fiora los. Ein kleines Stückchen näher. Los geht's! Aufpassen, dass meine Mana nicht verliere. Der Jungle braucht ja bei uns nicht ganken, das bin ja ich, weil und Fiora ist nicht allzu gut. Los geht's! Ah, okay, da kommt der... Nice! Sehr schön! Wui, das war knapp. Ich setze mich beinahe so erwischt. Bin ich gerade so noch mal rausgekommen? Tätik! Stupid Torred! Warum kann der nicht scherlerkirchen der Torred? So! Und gleich habe ich das Feuer, gleich habe ich das Feuer. Das ist wirklich nice! Ich habe noch nie probiert die Boxen zuerst das Game, muss ich zugeben. Ich habe noch nie zuerst die Boxen hoch auf Level 5 gespielt. Vielleicht macht sich das im Jungle noch bis zu halter. Das probiere ich demnächst mal. Aber es läuft momentan wirklich sehr gut. Also das ist glaube ich eine Runde, die ich dann veröffentlichen werde, wenn das jetzt weiter so läuft. Jetzt gehe ich aber trotzdem noch nicht ein Teamfight rein, auch wenn das vielleicht... Wenn manche logisch erscheint... ...werde ich es denn noch nicht tun, denn ich möchte trotzdem meine... ...mein Feuer fertig haben und dazu hole ich den Red Buff mit mir jetzt zusammen. Maschinen, Maschinen, Maschinen! So, hier kämpft damit bitte. Flupp! Und jetzt höchtern wir noch bei den Minions hier. Und dann gehe ich back. Mit 1,7. Darius, A.D.C.O.P. Iron Fry, C. The All of the Tag of Fira, Fiora, Fiorara, Filalala, Tralalala. So, dann habe ich sogar das Feuer und jetzt... Was macht das hier jetzt? Wilde Fackel! Ah, sieh, ich habe es getan und auch ganz vergessen. Ich habe gar nicht geordert dieses Mal. Ja, manchmal vergesse ich das auch. Maschinen, Maschinen, Maschinen! Ja, beide Blitze, Trotto. Das ist aber auch sehr intelligent von der Fiora. Und warum ist der Blitz gegnerische so schlecht? Ich glaube, ich zeig der Fiora mal, dass ich das auch kann. Das ist Inside Hacken. Da bin ich ziemlich gut drin. Leute, auf den Keks zu gehen. Oh, warte mal. Haben wir denn hier eventuell noch einen? Das wird halt Spaß! Oh! Schön! Ähm... Na, komm her! Ein kleines Stückchen näher! Ah, da hinten war sie gerade. Das war auf jeden Fall sehr nice jetzt gerade. Das war eigentlich... ...nur so hoch... ...lässt du das und dann... ...ja, tot. ...ja, tot. Sooooooo... Nice! Lol, why no no no, attack me... ...lalalalalalal... ...damdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdam... und ich kann hier noch den platzieren mit an so traur und auch hier sehr schön meine 302 und haben ordentlich cool schon wieder Troll? Der trollt einer Ich kann mich zum Beispiel mal zeigen wenn ich mich jetzt hier Gehen platzieren So I don't help my team Chablotsky hast du ja so gedacht he Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht To no end Was I don't help my team to no end Achso ok Ist aber nicht sehr nett von dir Fiora So dann gehen wir mal hier kurz hin Ich frage mich warum ich hier zwar die box noch platzieren das bringt eigentlich gar nichts Jetzt holen wir uns hier mal den Komm mal hier hier guck mal hier hier bin ich Ja hier wer will Wer will wer will wer hat noch nicht Ich dreht euch in das Mondgesicht Da unten ist auch noch farm mal gucken ob ich da rechtzeitig rankommen noch Das wird ein Spaß Nice Das nenne ich farm So dann haben wir hier oben den ersten farm Die erste farm werde wieder Platz gemacht Das heißt du soll da ich Soll da kommt doch schon wieder Oh das stört mich nicht Farm ist farm Nehme ich alles Nehme ich alles So wir haben die Sicht da mit Alle Brügel hören hat keiner ein Auge für mich Ist auch besser so denn ich bin momentan glaube ich der beste im Team So also das ist jetzt für die Gegner meine ich Also das ist jetzt für die Gegner meine ich Also das ist jetzt für die Gegner meine ich So Dann hau ich jetzt hier mal meinen Zwilling ran troll Torm den kreken wir noch Komm den Dumm kreken wir noch Das wird halt Spaß! Ihr Team hat einen Turn zerstört. Nice, wie der Blitzgang mich einfach nicht gecrapt hat. Team Feeded you. Darius? Darius, Darius, Darius. Ja, der Darius ist... Oder der ist besser als ich. Okay, der Darius hat natürlich noch mehr Power als ich. Aber ich habe eigentlich vom Level gemeint und da sind wir eigentlich... Ziemlich ausgeglichen. So, auf dem Rückweg noch ein bisschen farmen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Dragon mit Level 13 und mit dem Leben kriegen. Ich will es lieber nicht drauf ankommen lassen. Ich glaube es eher nicht. Ich bleibe auch nicht hinten mit dem Leben, das können sie auch vergessen. So, der geht auf jeden Fall down, da hat er mir nichts entgegensetzen. Genauso wie der Blue, der immer noch gar nicht da ist. Gut, dann halt nicht. Dann fahre ich mir noch einen Ast ab und dann... ...gehe ich back... ...und kaufe mir erstmal ordentlich was. Ich kann nicht mehr das kaufen. Ähm, ich brauche noch... ...600 dafür und 3,8 dafür. Also 4,2 wäre eigentlich das Optimum. Das hätte ich so schnell nicht hinkriegen, aber... ...4,2 wäre das Optimum. ...einfach merken. Los geht's! So... Ich stelle mir gleich mal eine Box auf. Flupp! Ihr seid der Angeschmierte! Ich könnte euch auch mal... Ne, ich habe keinen Mana jetzt dafür. Gehe ich erstmal weg. Und helft dem Team dann. Okay, dann habe ich mir das hier. Und dann äh, Magie ist jemand... ...Magie... Magie... ...Sie gut... Ne, sie gut... ...und sieht nach beiden aus. Ähm... Und was bei das da? Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht! Habe ich jetzt 3 End... ...also die Farge verkaufe ich dann am Ende übrigens mit Jocko wieder. Das behalte ich nicht für das Ende bei. Kommt aber an, wie lang so ein Kampf halt geht. Wenn da Kampf wirklich gut läuft, dann verkaufe ich es am Ende wieder. Damit ich dann mein volles Potential ausrüsten kann. Wo ich dann bei fast 500 Angriff bin. Also es ist echt heftig. Und 500 Angriff mit normalen AD zu erreichen ist schon... Hui, da brauchst du schon was. Das war's hier dann... Moment... Sooo Hallöchen... Und geht der Tommel mit auf mich los?! schade ich doch nicht was aber anscheinend nicht was ist laut gerade auf mein kopf ist ein leiser zu gehen damit ich mein eigenes wort noch verstehe bei allen musik deutlicher reden die einfach mal nichts getroffen hat der hat auf meinen jackal gezählt aua aua wird aber echt langsam bisschen viel hier diese farm muss ich ja mal so nice ich kann man das letzte und ich sorge mal dafür dass im letzten individuell noch kriegen so eine aufgabe von jaco die ja sehr gut kann daher so viel hat was türmer angreifen kann kann jaco schnell in hibitoren einnehmen und fallen der farm sein oh mein gott dieser farm dass du denkst mein form mein form mein form mein form mein form den bekommst du nicht den bekommst du nicht jetzt geht es los mit beleidigungen hier keine ahnung was jetzt los war ich will sogar nicht so nichts da die beiden leben überleben so tun wir uns die beiden türme hier und jetzt geht es los hier kommen jetzt hier der hier dann meine ulti und dann ulti und gleich der nächste turm solange die ulti noch aktiv ist so läuft ja gerade ah das ist da israel ist die harte israel ist die harte Schade, ich will auch mal was kriegen hier. Außer vom Turm schaden krieg ich nichts. Hier haben wir noch ein bisschen Farmen. Aktion und das wars dann auch schon. Juhu. Das war doch mal ein Spiel, das war jetzt nicht unbedingt stark im Angriff und Verteidigung. Aber ich bin nicht gestorben, hab 3 Kills und 5 Assets. Das ist doch mal ein Spiel, wo wir uns haben möchten. Das ist perfekt gelaufen. Ich habe ein paar Gangs gemacht. Ich glaube, der eine hat sogar funktioniert. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es ganz nice von Gangs her. Hat es ein bisschen kurz gewesen, wäre der Gegner ein bisschen stärker gewesen. Das hat jetzt bestimmt ein bisschen länger gedauert und ich hätte mehr Kills machen können. Aber ansonsten war es doch ein wunderschönes Spiel. Ohne zu sterben, einfach mal ein Let's Play machen. Das war auch nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, vielleicht nehme ich dann Blitzcrank oder so. Wenn ihr noch Champions haben wollt, wenn ihr noch Tipps für Jango habt, die ich noch besser werden kann, einfach in die Kommentare. Ich möchte auch auf der Silberliga bleiben. Das war jetzt übrigens kein Ranked Game, nicht nur das Distinkt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!